Herzlich Willkommen im Hotel bei Schumann. Mein Name ist Philipp Liebesch und ich heiße Sie herzlich Willkommen. Ich möchte Sie für einen kurzen Augenblick mitnehmen auf eine Reise durch unser wunderschönes Hotel, durch traumhafte Suiten, einen unglaublichen Pool und eine Dreiaromen-Philosophie ihresgleichen. Wir möchten Sie begeistern, wir möchten Sie verzaubern, wir möchten Ihnen die Welt auf Ehren bereiten und freuen uns darauf, Sie über uns begrüßen zu können. Erleben Sie bei uns Dinge, die der Alltag nicht hergibt und für die wir einfach einstehen. Also an dieser Stelle ist nur ein zu sagen, greifen Sie zum Hörer, nutzen Sie die Chance und buchen Sie ja zu Hause auf Zeit. Wir freuen uns auf Sie, auf eine traumhafte Zeit und auf ganz viele tolle Momente. Ihr Philipp Liebesch, bis bald. Bis bald. Bis bald.